Mein Name ist Andreas Wittwer, ich bin gewährter Schreiner und arbeite im Kantonsspital Alten. Ich mache natürlich viel Service-Arbeiten, Reparaturen, aber es gibt auch viele individuelle Anfertigungen. Es ist auch spezielle Anfertigungen. Es gibt eigentlich fast nichts ab der Stange. Darum muss man immer wieder neue Lösungen suchen. Nachdem der Restrante ist die Stange. Es wird auch nicht gebrochen, sondern es wird auch nicht gebrochen. Man kann das nicht gehen als ein Lagen rauskennen. Ich habe ein Blatt, was war so viel, was ich war so viel. Ich habe ein Blatt mit Diplom